Vorstellung des FLIR MR77 Feuchtemessgerätes Von Anfang an standen bei der Entwicklung des FLIR MR77 die Genauigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund, die unsere Kunden in den letzten 50 Jahren stets erwarten durften. Das FLIR MR77 übersteht Stürze aus 2 Metern Höhe unbeschadet und besitzt einen abnehmbaren Temperatur- und Feuchtemessfühler. Wenn die Kalibrierung des Sensors ungenau wird, können Sie ihn problemlos vor Ort austauschen. Das FLIR MR77 bietet beides, einen kabelgebundenen Stiftmessfühler und einen nicht-invasiven Feuchtemessfühler für größere Flexibilität. In das Messgerät ist ein IR-Thermometer integriert für die schnelle und punktuelle Messung von Oberflächentemperaturen. Außerdem kann das FLIR MR77 Lufttemperatur, Tauchpunkt und relative Luftfeuchtigkeit messen, sowie Werte in Grains per Pound oder Gramm pro Kilogramm berechnen. Dank seiner Bluetooth-Fähigkeit lässt sich das FLIR MR77 an FLIR Wärmebildkameras anschließen, die über MetaLink verfügen. Damit können Sie Feuchtigkeits- und Umgebungsdaten in Ihre Wärmebilder einbinden, was Ihre Befunde noch eindeutiger belegt. Ebenfalls erhältlich ist die FLIR Tools Mobile App für Android- und Apple-Geräte. Ideal zur Messdatenerfassung, den Informationsaustausch mit Kollegen und die Erstellung professioneller Berichte. Robustes Design, kurze Ansprechzeit und austauschbarer Sensor. Das neue FLIR MR77 Feuchtemessgerät gehört zur nächsten Generation von Prüf- und Messinstrumenten. Exklusiv von FLIR.